Hey Leute und herzlich willkommen hier zurück auf MESI-RD. In der heutigen Folge wollen wir, wie versprochen, das Fenster einbauen. Dazu kommt dann noch eventuell ein bisschen Dämmung. Kommt darauf an, wie weit wir heute kommen. Aber ich denke mal, dass wir das Fenster erstmal einbauen können. Und wenn das alles abgeschlossen ist und wir damit fertig sind, kann ich mit der Dämmung anfangen. Heute ist Samstag. Ich habe den Sonntagmorgen auch noch. Und ich denke, wir können auch direkt loslegen. Wie gesagt, im Einführungsvideo habe ich ja versprochen, dass ich etwas mehr rede. Bedeutet, ich möchte euch auch ein bisschen erklären, was ich tue. Also nicht nur, ich mache das jetzt und zeige es, sondern möchte euch erklären, wie ich vorgegangen bin und was ich mir dabei gedacht habe. Bevor jedoch wir hier anfangen können, muss der ganze Krempel erstmal raus hier. Das ist noch vom spontanen Urlaubstrip ein paar Sachen noch. Und ich würde sagen, es geht direkt los. Wir haben hier das Dometic S4 gekauft. Das ist in den Maßen 90 lang und 53,1 glaube ich hoch. Das ganze Teil, das ist der hat auf jeden Fall ein Ausstellfenster. Das war mir wichtig. Das fand ich in dem Bus davor schon ganz cool. Dass man einfach, wenn es regnet, Fenster auf, regnet nicht rein, fertig. Dazu hat das Dometic S4 noch ein Insektengitter und ein Sonnenrollo. Insekten-Schutzgitter und Sonnenrollo, was man gleichzeitig, also auch kombinieren kann. Man kann es zusammenhaken und dann kann man zum Beispiel Hälfte, Hälfte, Hälfte Insektengitter, Hälfte Sonnenschutzverlob. Also, jetzt bauen wir jetzt mal die Pappen aus und dann haben wir das nachte Blechkleid vor uns und dann kann man damit weitermachen. Ja, weil durchs VX wollte ich jetzt nicht schneiden, das kann man sich gut aufheben. Ja, besser haben als brauchen. Hast du dir mal so eine Sichtkiste holen? Soll ich das, was da drin ist, ausschieben? Ja, wenn da was drin ist. Ich hab eigentlich noch Leere da hinten. Eigentlich. Wie erwartet sind hier natürlich diese Flatterräume. Die sind eigentlich im Prinzip, genau, aufgegengeklebt mit so einem Karosserie-Klärer, mit so einem Bummi. Und die müssen aber raus, irgendwie. Wie viel passt du? Aber wir bauen uns gerade die Schablone, weil wir das entsprechend so besser anzeichnen können. Also wir messen das jetzt nicht direkt auf dem Blech aus, sondern bauen dafür mit diesem Furnier einfach nur die Schablone. Legen sie auf, zeichnen an und dann können wir es ausschneiden. So. 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 Diese komischen Magnethaken hier sind richtig super, das hatte ich mir damals mal gekauft, weil ich nicht unbedingt Löcher ins Blech vom T4 bohren wollte, deswegen einfach nur einen Magnethaken. Mit dem haben wir jetzt die Pappe festgeklebt, festmagnetisiert, festgemacht, fixiert, angezeichnet haben wir jetzt schon. Jetzt haben wir von außen mit Kreppband ein bisschen was abgeklebt, von innen machen wir es auch, weil die heiße Späne in Optimalfallung so hinkommen sollte, weil dann kann es ruckzuck anfangen zu rosten. Das sind so die Vorbereitungen, die wir jetzt treffen und danach geht es auch schon ans Aussägen. Jetzt kommt der mit Abstand spannendste Moment an diesem heutigen ersten Tag, denn ich möchte jetzt das Fenster rein sägen oder raus sägen, besser gesagt. Dazu nehme ich mir gleich eine Stichsäge. Wir haben das überlegt mit einer Flex zu machen, haben uns dann aber doch dafür entschieden, das mit einer Stichsäge durchzuführen. Man hat vielleicht bei der Stichsäge ja mehr Späne, die jetzt vielleicht so runterfallen. Deshalb ist es wichtig, dass ihr alle Hohlräume, wo jetzt was reinfallen kann, abklebt. Das habe ich einmal von innen getan, zumindest im oberen Bereich der Schiebetür. Da waren jetzt noch Lücken, wo die Späne auch gut hinterfallen können. Und einmal auf der Außenseite, dass die Späne sich nicht auf der ersten Kante sammeln können. Da sind da heiß. Die kühnen zwar relativ zügig ab, denke ich, aber sicher ist sicher. Lieber ein bisschen mehr machen, als zu wenig. So, dann nehme ich mir einen Bohrer, bohre den Ecken vor, dass ich nachher mit der Stichsäge, mit dem Blatt gut rankomme. Und dann geht es los. Jetzt gibt es gleich kein Zurück mehr. Wenn es einmal drin ist, ist es los. Ja, kurz zur Erklärung. Wir haben jetzt gerade den Rahmen, die im ringsherum festgeschraubt, dann haben wir die Löcher schon mal durchgestochen mit den Schrauben, einmal kurz festgeschraubt, wieder losgemacht, damit wir nachher beim Einbau die Schraubenschüllen gerade reinsetzen können, dass sich das nicht irgendwie verzieht. Dann haben wir festgestellt, der Kraft hat ungefähr, schätze ich mal, es wird nicht mal ein Millimeter Blechhaut sein, vielleicht ist es auch ein Millimeter, das Holz ist in der Höhe 24 Millimeter und Dometic, Moment, Dometic sagt in dem mitgelieferten Handbuch, Wandstärke 1 bis 2 Millimeter müssen 25 Millimeter als Unterlage da sein. Wir haben jetzt von außen natürlich jetzt noch die Klebschicht, die Silikonnaht, hätte ich fast gesagt, nein, die Flüssigdichtung, aber wir haben uns jetzt nochmal dazu entschieden, nochmal etwas Furnierholz draufzuschrauben, dass wir einfach nochmal ein bisschen mehr Unterlage haben. Ja, und dann kommen wir da eigentlich gut hin, schätze ich mal. Wenn man jetzt das Fenster festschraubt, dann verzieht sich der Rahmen, das macht bei Sonne nachher keinen Spaß, denke ich, wenn es noch ein bisschen weicher wird, deswegen bauen wir nochmal was unter und dann soll das passen. Während Vater jetzt noch ein bisschen Furnierholz sägt, aus dem Grund, den ich gerade erklärt habe, und dann passt das, dann haben wir auch genau 25 Millimeter, so wie es Dometic vorstellt, ist es zwar ein halber Höhenmeter mehr, aber der stirbt, glaube ich, der zieht sich, da mache ich mir keine Sorgen. Was ich jetzt aber noch erwähnen möchte, was mir wirklich gefehlt hat, als ich danach gesucht habe, wie man so ein Dometic S4 einbaut, ist die Sache, welches Holz man nimmt, ja, also nicht welches, sondern in welcher Tiefe. Das ist jetzt hier, das ist jetzt 33 Millimeter ungefähr, das reicht auf jeden Fall immer noch aus, um einen Rahmen zu bauen, ja. Einige habe ich gesehen, die haben da wirklich einen richtig fetten Rahmen hinter, das ist gar nicht notwendig, ja. Normales Holz aus dem Baumarkt, Sägerauf, also ich habe auch die, wie gesagt, ungehobelt, ja, Heißhalsägerauf, das reicht vollkommen aus. Ja, das wird nachher sowieso verdeckt. Das ist jetzt ein maus, das ist jetzt ein maus. Ja, das ist ja, weil ich meine So, das Fenster ist jetzt drin. Das Dometic S4 90 x 53 cm. Also groß genug, um genügend Licht reinzulassen. Es wird vorerst das letzte Fenster sein, was hier eingebaut wird. Eventuell kommen hinten in die beiden Flügeltüren nochmal jeweils eins. Das ist aber nochmal eine Sache, die man später nachholen kann. Jetzt pinselt Selina die ganzen abgeschrapelten Stellen ab. Alles, was so Überbleibsel vom Lieferbetrieb waren. Einfach nur Rostschutz. Und ich werde gleich schon mal die erste Pappe an der Seite hier anschauen.